Hier ist die Einsatzstelle. Also man kann diesen Fluss dauernd begleiten. Diese Bäume sind alle umgeknickt und kommen nicht vor und nicht zurück. Scheiß Baumhindernis, ich hasse es. Die Bootstreppe geschlossen, das muss nicht sein. Könnte man auch fahren, bloß die Brennässe. Am Schluss ist die Borner Mühle. Die Bootstreppe gesperrt. Es geht nicht mehr weiter. Ich habe es nicht geschafft, das sind die Dillborner Bänden. Das bin ich drauf. Das ist die Schwalm kurz vor Overheadfell. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, dass die Geräte nicht verkaufen. Untertitelung des ZDF, 2020